Was bisher geschah, von Äsch nach Bratteln, kurz ein paar Momente dazu noch. So, Hallo miteinander, ich fahre für euch jetzt den nächsten Teil, den ich letztes Mal an der Hauptstraße aufgehört habe. Von hier geht es Richtung Liestl. Weiter hinten, also in der Richtung wo wir hergekommen sind, ein paar hundert Meter hinteren, dort kommt ein Lidl. Hier hinten gibt es auch noch etwas Spezielles, deswegen habe ich gedacht, ich mache meine Ansprache diesmal hier. Gut, also fahren wir weiter, gehen wir bis Liestl, das gehört noch zu der Etappe 1. Und ja, wir schauen nachher, was das alles für interessante Wege noch herviert. Also, kommen wir mit, sind dabei, los geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank für's Reinschauen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.